Willkommen! Hier habe ich im Schnäppchenkeller von Profi Schnapp was ganz Besonderes für Sie. Und zwar das Modell SEM mit der Nummer 15350 von Willi Schillig. Die Garnitur stand im Showroom von Willi Schillig in Fronlach in samt Velour Bleu. Eine zweiteilige Kombination mit abgeschrägtere Kamerae und großem Sofa. 2 Meter und 67 breit. Der Sitz ist mittelfest. Ich sitze hier also schon mit guter Unterstützung. Habe aber doch das Gefühl ich sitze drin mit weicher Polsterung und einem sehr sehr angenehmen Samt Velour. Einem echten Samt Velour was ganz hochwertig ist. Nun für die Hausausstellung immer das Beste. Deshalb wurde auch SEM so gezeigt. Und was hier sehr schön ist, Sie können auch hier schön zu zweit drauf liegen. Ein zweiter Tiergutplatz. Und die Armlähne ist weich gepolstert, sodass ich natürlich auch wunderbar, ich lege jetzt die Füße nicht drauf, mit dem Kopf auf die Armlähne legen kann. Sehr bequem, nicht zu tief, als auch für mittelgroße Riesen geeignet und kleine Riesen. Und übrigens den passenden Hocker haben wir auch noch dazu, separat im Angebot. Also Sam von Willi Schillig, wenn Sie eine kleine feine Garnitur wollen, viel Bodenfreiheit, bequemer Sitzkomfort, was Schnuckeliges, in Samt Velour Blö, modische Farbe, dann schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Dankeschön. 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 Vielen Dank.